einen wunderschönen guten tag ich werde jetzt ein weiteres tutorial für linux erstellen und zwar mit dem programm lutris welches ich hier schon aufgemacht habe diesmal geht es darum spiele zu installieren und zwar nicht nur von setup dateien die schon fertig sind sondern in diesem fall auch direkt von dvd also von datenträger cd je nachdem ob man noch einen rechner hat bei dem so ein laufwerk noch eingebaut ist ja ich wurde auf youtube öfter angefragt mensch wie macht man das hier in dem einen tutorial habe ich beschrieben also in einem tutorial habe ich beschrieben wie man über lutris also diese version ich zeige es mal kurz an schon vorhandene spiele die man damals auf einer windows partition installiert hat wie man die über lutris starten kann jetzt gehe ich aber mal richtig fange ich jetzt richtig mal von null an also wie erstellen wir ein wein prefix wie setzen wir das spiel auf in lutris und was gibt es noch zu beachten auf welcher windows version läuft es und welchen runner wir dazu nehmen jetzt nicht verwirren lassen ich habe hier eine ältere lutris version und zwar ist das die system pack version ich habe zwei versionen laufen ich werde euch das mal kurz zeigen und zwar habe ich eine flat pack version die ist die neueste von lutris und eine system version jetzt also hierhin dann kann ich euch das mal zeigen über so einen anwendungsverwaltung über so eine anwendungsverwaltung könnt ihr halt eben die lutrisse runterladen so das ist die flat hub version die ist in sich wenn man die installiert völlig isoliert und kann nach außen hin nicht so kommunizieren wie diese system version und deswegen zeige ich euch noch mal parallel dazu bevor ich anfange ein spiel zu installieren wie die flat pack version aussieht die hat natürlich eine etwas andere oberfläche wo ist es hier so er hat natürlich eine etwas andere oberfläche hier zum beispiel sieht man viel mehr also da ist die version schon auf neuesten stand 5.17 steht hier also das kann auch variieren und wenn wir ein spiel installieren und drücken hier auf plus dann geht erstmal hier ein pop up fenster auf und man kann hier unterschiedliche installationsmethoden auswählen wir werden also hier dieses lokal installierte spiel hinzufügen das werden wir auswählen aber auf der anderen lutris version also nicht irritieren lassen falls das bei euch dann anders aussehen sollte im prinzip ist das gleich so jetzt muss ich erstmal meine andere lutris version wieder starten die können nämlich nicht parallel laufen so da ist sie wieder gut ich habe mir ein älteres spiel ausgesucht das werden wir installieren und zwar ist das simcity 3000 und dies ist schon bereits im laufwerk ich zeige euch das mal kurz eben so oder ist die noch nicht im laufwerk da ist da ist im laufwerk drin hier simcity 3000 da ist auch die setup exe drin dann gehen wir mal kurz rein um zu gucken wie das hier datei technisch aussieht hier zum beispiel gibt es den ordner setup und hier gibt es die unterschiedlichen setup sprachen und wir werden deutsch auswählen und später auf die setup exe verweisen ja gut dann fangen wir an ganz gewöhnlich mit spiel hinzufügen dann sage ich es ist simcity 3000 wir brauchen einen starter aus der liste das ist für linux natürlich hier der wine starter das veröffentlichungsjahr ich weiß es gar nicht das war irgendwie anfang 2000 moment mal ich habe es ja hier auf der cd hülle also läuft mit windows 95 98 und ist herausgekommen 98 also können wir ruhig 1998 eingeben damit das so hier so als kleine information später angezeigt werden kann ja dann gehen wir hier auf spieleinstellungen und ich hatte letztes mal gezeigt dass wir hier ausführbares sofort definieren das machen wir jetzt bitte nicht mehr wir werden als allererstes und das ist der grundschritt nummer eins ein wine prefix als erstes erstellen also die windows umgebung sozusagen wo dieses spiel laufen soll da gehe ich nämlich hier hin und ich sage ich habe hier zum beispiel hier zwei geschichten einmal für games lutris für die version die ich jetzt euch zeige und dann habe ich hier noch die lutris flatpack version die das lutris was ich eben kurz eingeblendet habe so hier habe ich schon ein paar programme drinnen dann erstellen wir einen neuen ordner sagen auch sm3000 so als schnell eingabe dann legen wir das an drücken auf ok und gehen gleich das ist auch wichtig auf optionen des starters das sind hier die runner da gibt es unterschiedliche runner in einer folge habe ich erklärt wo er die runterladen könnte ich kann es auch gleich noch mal zeigen wie das geht da gibt es unterschiedliche runner versionen umgebungen für jeweilige windows plattform also gut gefahren und nach meinen erfahrungen wenn es bei xp oder windows für 98 irgendwie losgeht dann lutris 5.7 auswählen gut dann haben wir hier noch vddk das ist ein vulkan treiber und zwar gab es früher noch spiele die auf vulkan basierten also auf die grafikdarstellung vulkan die sicherheitshalber auch noch mit installieren was auch wichtig ist ist fsync aktualisieren dann läuft das ganze ein bisschen schneller und das dürfte es erstmal für diese geschichte sein bei system einstellungen kann man noch eine andere optionen einstellen ich habe hier zum beispiel standard eingestellt deaktiviere die lutris laufzeit damit das ganze wieder ein bisschen schneller läuft ansonsten ist hier nichts weiter zu ändern gehe ich nochmal hier gucken steht das hier alles wunderbar so als erstes wie schon gesagt das wine prefix erstellen wenn wir alle einstellungen für dieses spiel für dieses alte spiel aus 1998 gemacht haben dann gehen wir auf speichern und hier unten ist dann sozusagen ein neues fenster aufgemacht und wir können entweder ein doppelklick drauf machen oder hier auf spielen gehen ich mache mal ein doppelklick und jetzt wird das wine prefix mit den einstellungen erstellt und zwar zeige ich nochmal genau moment das ist es nicht das ist die die dvd bzw cd so und jetzt steht hier sm3000 und hier ist das wine prefix erstellt worden also sozusagen die windows jetzt kommt eine fehlermeldung die ist völlig gerechtfertigt weil lutris versuchte natürlich auch noch eine executable zu finden also ein ausführbare datei die hat er nicht gefunden das ist nicht so schlimm da das spiel auf älteren windows versionen läuft klicken wir hier nochmal auf die wine konfiguration an und stellen somit für dieses spiel ein welche windows umgebung jetzt genau generiert werden soll das ganze geht bis windows 10 und fängt an da muss ich nochmal gucken wenn gleich das fenster aufgeht jawohl hier ist das hier sehen wir es und hier ist die geschichte die einzustellen gilt das geht über windows 10 8 1 8 windows 2008 revision 2 windows 7 windows 2008 windows vista windows 2003 und windows xp das stellen wir auf windows xp ein sagen anwenden und ok gut jetzt ist für simcity die eigentlich optimale umgebung geschaffen jetzt geht es darum das spiel zu installieren da gehe ich auf konfigurieren moment bevor ich das mache wollte ich euch noch zeigen wo man die runner holt unter einstellungen und dann hier runners und man kann sämtliche konsolen oder umgebungen sozusagen emulieren dosbox muben ist nintendo 64 emulator also hier sind den wünschen keine grenzen gesetzt wir brauchen das hier wir brauchen nur ein gut ok dann gehen wir hier auf weinen und hier sehen wir die ganzen runner versionen und ihr könnt natürlich nachträglich die runner noch mit installieren hier habe ich die runner installiert die ich brauche eigentlich hier zum beispiel 825 das ist eine ältere version im gegensatz zu wein ge 826 also die neueste version wo auch neueste spiele drüber laufen und falls ihr das noch nicht angeklickt habt dann geht ihr hin macht ein häkchen lasst es runter laufen es geht ganz automatisch und drückt auf ok gut installieren wir simcity von cd aus aus meinem laufwerk dazu gehen wir auf konfigurieren und brauchen jetzt ein ausführbare datei gehen wir hin und wir haben hier simcity eben schon gezeigt werden wir die german ausgabe installieren verweisen hier drauf drücken ok genau speichern und dann sollte es funktionieren entweder doppelklick oder hier auf spielen gehen das kann natürlich ein bisschen dauern und da geht schon das setup programm auf und wenn gefragt wird wo das ganze hin installiert werden soll bitte nichts ändern einfach auf weiter klicken und hier auch und hier auch so dann sehen wir hier unten die alte installation das alte installation overlay wie das passiert so dass also jetzt auf ihrem also es ist installiert klicken sie auf beenden um das setup abzuschließen beenden das ging aber jetzt sehr sehr schnell vielleicht hielt das daran weil ich es vorher als test schon installiert hatte ähm das können wir ruhig weg machen und jetzt müssen wir noch einen schritt machen und zwar auf die programmdatei auf der festplatte auf der installations festplatte verweisen unter den ausführbaren sachen Moment mal Warnung der zielordner ist für den aktuellen nutzer nicht beschreibbar das ist nochmal ein hinweis also du pass auf dort ist eine cd da kannst du nichts machen deswegen verweisen wir auf unseren auf unsere installation mit mal letzte änderung sm3000 dann ganz wichtig wie als würdet ihr es auf den alten windows betriebssystem auch machen nur auf laufwerk c und dann hier auf program files 86 dann gehen wir hier drauf dann haben wir hier schon den pfad des spiels und dann gehen wir auf game und irgendwo sollte es sein da ist es sc3 exe klicken ok gehen auf speichern und jetzt kommt der große moment um zu versuchen ob das spiel läuft also im test hat es geklappt ich drücke auf spielen und hier seht ihr es auch links unten ist so ein Fensterchen das liegt jetzt nur daran dass ich es nicht auf OBS zeigen kann oder ich gehe auf Fenster das machen wir mal auf Fenster wir gehen auf die Fensterausgabe in OBS dann dürfte das klappen jawohl da ist es das würde ich jetzt wird das hier ein bisschen in klein angezeigt obwohl ich das hier fast in vollfläche auf meinem original schirm habe das liegt nämlich daran was ihr hier seht das ist 4 zu 3 und ich habe es bei mir auf 16 zu 9 aber wir wollen trotzdem mal kurz reinschauen inwieweit das funktioniert ich werde es nur kurz anspielen so da ist es schon also das ist jetzt eine OBS eine OBS Geschichte die man noch nachträglich einschalten muss weil die native Auflösung des Spiels ich gehe mal auf Einstellungen vielleicht kann man es dann nochmal sehen die native Einstellung hätte ich jetzt hier auf 1224 768 und mehr kann das Spiel nicht als zum Beispiel auch 1280 1024 bestätigen wir das mal dann dürfte es größer werden und dann möchte das Spiel nochmal stopp ja ist gut das ist eine schöne nochmal auf beenden nein wollen wir nicht da ist es so jetzt ist es ein bisschen anders jetzt ist es größer und nur von Test zu Testzwecken werden wir das mal kurz starten nächster Tipp so es ist natürlich auch jetzt ein bisschen besser zu sehen wie schon gesagt ich habe nur eine reine Bildschirm ne Fensteraufnahme die in 1920 1080 dargestellt ist und weil es ein altes Spiel ist ist klar dann wird es auch kleiner dargestellt wenn die grafischen Möglichkeiten nicht gegeben sind also das ist so alt das Spiel das konnte noch diese Grafik auflösung nicht darstellen ja äh es läuft das alte Spiel läuft hier das ist wunderbar machen wir jetzt mal einen Versuch und zwar werden wir das Spiel mal ohne CD im Laufwerk lassen nein ich will es nicht speichern warum bin ich denn so unaufmerksam und Lutris das ist beendet gut jetzt hole ich mir mal die CD aus dem Laufwerk so die CD ist jetzt nicht mehr drin das sehen wir hier haben wir die ganze Geschichte nicht mehr drin jetzt möchte ich wissen ob es auch ohne CD läuft denn das ist eines der größten Probleme weil SimCity wirklich die CD braucht oder ihr braucht einen oh ihr seht das wieder nicht Moment ja da ist es angezeigt also bitte die SimCity 3000 CD in das Laufwerk legen na das funktioniert nicht wenn ihr kein Laufwerk habt dann ist es vonnöten ein No Cracks oder No CD Crack runter zu laden weil ihr habt ja das Original das könnt ihr dann machen jetzt gehe ich wieder auf Bildschirmaufnahme das ist das einige andere Spiele habe ich auch drauf die werde ich aber jetzt nicht anspielen nur halt eben auch modernere Spiele die ich hier installiert habe funktionieren auf die Art und Weise auch halt eben unter zum Beispiel unter einer Windows 10 Umgebung ich gehe zum Beispiel hier auf Fallout London ich sage Wine Konfiguration dann geht gleich hier die Konfiguration auf hier steht Windows 10 und jetzt komme ich zu dem Punkt warum ihr jedes Mal einen neuen Wine Prefix erstellen sollt und zwar das ist jetzt neu erstellt worden NMS Alias also No Man's Sky und die ganzen anderen Geschichten die sind immer in einem neuen Ordner das hat nämlich die Bewandtnis dass wenn ihr alles in Wine in einem Ordner installieren würdet und ihr würdet zum Beispiel bei SimCity welches wir auf Windows XP gestellt haben an einem Spiel ändert hier zum Beispiel ist Windows XP und bei Fallout London war es auf Windows 10 und würdet ihr ja nicht separate Ordner zur Installation nehmen und ihr ändert ein Spiel davon in der Wine Configuration auf ein anderes Betriebssystem dann ändern sich alle anderen Einstellungen der Spiele auch also ändert sich nur die Windows Umgebung also ganz ganz wichtig dass ihr darauf achtet dass jedes Spiel in einem neuen Ordner installiert wird das war's von mir ich hoffe ihr konntet ein bisschen dazu lernen oder ich konnte euch ein bisschen helfen und in der nächsten in dem nächsten Tutorial geht es darum wie wir von GOG Galaxy für Online Spiele auch ein Spiel installieren ohne diesen Launcher mit zu starten also wenn es euch gefallen hat dann lasst ein Follow da einen Daumen hoch ich verabschiede mich und sage Tschüss Euer David